Es ist Juni und das bedeutet, es gibt endlich wieder neue Fische und Insekten in Animal Crossing New Horizons zu fangen. Welche neuen Fische und Insekten es gibt, an welchen Orten ihr sie findet und zu welchen Tageszeiten ihr sie findet, erfahrt ihr in diesem Video. Beachtet bitte wie immer, dass sich diese Informationen auf die nördliche Halbkugel beziehen. Wir beginnen mit den Fischen. Im Teich gibt es ab sofort von 9 bis 16 Uhr den Schlangenkopf und von 16 bis 9 Uhr den Knochenhecht. Beide dieser Fische sind gut was wert, aber auch relativ selten, daher lohnt es sich immer noch nicht besonders im Teich zu angeln. Weiter geht's im Fluss. Ab sofort könnt ihr den ganzen Tag den Tilapia fangen und von 16 bis 9 Uhr den Arowana und den Arapaima. Über Arowana und Arapaima freue ich mich sehr, weil die sind beide 10.000 Sternis wert und sehen außerdem echt cool aus. Im Fluss gibt es ab sofort außerdem von 4 Uhr bis 21 Uhr den Lachssalmler, von 21 Uhr bis 4 Uhr den Flösselhecht und von 9 bis 16 Uhr sowie von 21 Uhr bis 4 Uhr Piranhas. Der Lachssalmler ist mit 15.000 Sternis einer der wertvollsten Fische im Spiel, der Flösselhecht ist auch nochmal 4.000 Sternis wert und damit lohnt es sich ab Juni endlich mal so richtig im Fluss zu angeln. Aber auch im Meer gibt es eine ganze Reihe interessanter neuer Fische. Den ganzen Tag über könnt ihr ab sofort die Nasenmoräne, den Walhai und den Schiffshalter fangen. Walhai und Schiffshalter gehören zu den Fischen, bei denen die Rückenflosse aus dem Wasser ragt und bei denen man immer extra nervös wird, wenn man sie sieht. Und von diesen Rückenflossenfischen gibt es ab Juni noch 3 weitere und zwar von 16 Uhr bis 9 Uhr den Sägehai, den Hammerhai und den Hai. Okay, zusammenfassend würde ich sagen, die Fischsaison ist auf der Nordhalbkugel eröffnet und wenn Lomäus das nächste Mal auf meiner Insel ist, gedenke ich mich dumm und dämlich zu verdienen. Und damit sind wir auch schon bei den Insekten. In der Luft fliegend fangt ihr ab sofort von 19 bis 4 Uhr den Leuchtkäfer, von 17 bis 4 Uhr die Mücke und von 17 bis 8 Uhr den Himmelsfalter. Leuchtkäfer gibt es nur im Juni, also seht zu, dass ihr einen abbekommt. An Bäumen findet ihr ab sofort den ganzen Tag lang japanische Rosenkäfer, den hätte ich mir vom Namen her mal ganz anders vorgestellt. Und von 19 bis 8 Uhr findet ihr Prachthirschkäfer, die ordentlich Kohle bringen. Und schlussendlich haben die Palmen, mit denen wir alle unsere Strände zugekleistert haben, nun endlich auch einen Zweck. Von 17 bis 8 Uhr findet man nun den Goliathkäfer. Für 8000 Sternis kann man sich da aber doch eher weniger beschweren. Und das war es auch schon mit den neuen Fischen und Insekten im Juni. Ich denke, die Fische sind im Juni deutlich interessanter als die Insekten. Und ich vermute mal, die meisten von euch werden jetzt erstmal die nächste Zeit mit Angeln und natürlich mit dem Herstellen von Ködern verbringen. Ich hoffe, diese regelmäßigen Update-Videos gefallen euch. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Hier gibt es nämlich auch regelmäßige Animal Crossing Livestreams. Aber damit bin ich raus. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Haieangeln. Haut rein!